Kreuz des Heiligen Benedikt, Abt Es ist eng mit der großen Verehrung des Heiligen für das Heilige Kreuz verbunden. Er nutzte dieses gesegnete Zeichen, um Versuchungen zu überwinden und den Fallstrecken des Teufels zu entgehen, daher haben die Kinder und Schüler des Patriarchen große Verehrung für das Heilige Kreuz bekundet und versucht, seinen Kult im ganzen Universum zu verbreiten. Zwei Ereignisse haben hauptsächlich dazu beigetragen, der Medaille des Heiligen Benedikt weltweite Verbreitung zu verschaffen, die wundersame Heilung des jungen Bruno, später Papst Leo IX, und die Erklärung der bayerischen Zauberinnen, als sie 1647 verhaftet wurden Flüche gegen das Kloster Metten blieben stets wirkungslos. Bei der Untersuchung der Ursache wurde an den Wänden des Klosters das von Buchstaben umgebende Bild des Heiligen Kreuzes entdeckt, dessen Bedeutung unbekannt war. Doch mit der Entdeckung des Manuskripts aus dem Jahr 1415 in der Bibliothek des besagten Klosters wurde das Rätsel entschlüsselt. In der Handschrift war der Heilige Benedikt abgebildet, der das Heilige Kreuz hielt, auf dem eine Fahne wehte, und auf dem die Buchstaben eingraviert waren, die heute auf der Medaille zu finden sind. Hier ist seine Erklärung. In den Ecken des Kreuzes, c. s. p. b. mit der Aufschrift, crux sancti patris benedicti, das heißt, das Kreuz des Heiligen Vater s. benedict. Senkrechte Linie, c. s. s. m. l. Was bedeutet, crux sancta sit mihi lux, und auf Spanisch, das Heilige Kreuz sei mein Licht. Horizontale Linie, n. d. s. m. d. Und es lautet wie folgt, non gratius et mihi lux, was auf Spanisch bedeutet, lass den Drachen nicht mein Führer sein. Die 14 Buchstaben, die herumstehen, v. r. s. und lauten, v. tretro satana, was bedeutet, zieh dich zurück, satan. n. s. m. v. gleichbedeutend mit, nun pfams fadias mihiwana, was bedeutet, berate mich niemals zu eitlen Dingen. s. m. q. l. Was bedeutet, sand malakilibas, das heißt, was sie anbieten, sind schlechte Dinge. y. v. b. das lautet, yvenena biba, was bedeutet, trink diese Gifte. Sie tragen meist auch das Monogramm des Erlösers, i. h. s. jesus hominem salvatore, das heißt, jesus, Erlöser der Menschen. Aberระ